Wer für sie kocht, wer für euch kocht, Mädels, verrate ich gleich. Sie müssen sich noch gedulden und zwar einen Song lang. Und der kommt von einem jungen Künstler, der a. ein Energiebündel ohnegleichen ist, b. alles ständig zum Lachen bringt und c. klasse Songs hat. Stop the Moment, also halt für einen Moment die Zeit an, könnte man so ganz lapidar übersetzen, heißt sein Debütalbum und Closer, daraus jetzt die aktuelle Single. Very welcome, Kelvin Jones! Applaus We can be a little closer, if you wanted to. We can be a little closer, closer, whoa, whoa, closer. We can be a little closer, whoa, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020